Und, ähm, ja. Jetzt weiß ich auch, warum mir das hier so bekannt vorkommt am Ende des Tages. Oh Gott, ich sollte nicht laufen, wenn ich nichts sehe, Alter. Weil mir bin ich nicht hier. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich weiterkommen soll. Wir haben das mit dem Tempel nochmal. Ach Gott. Oh Mann. Ich hasse das, wie die Pest, ganz ehrlich. Ich kann überstehen. Hallo? Dankeschön. Wow! Ich schau wieder an. Komm her. Ach, damme, daran wollte ich sie eigentlich gehindert haben. Scheiße. Ich sterbe nicht. Muss ich vollsichtig sein. Vielleicht schon, warum heizt sie mich denn nicht, Alter, ganz ehrlich. Ich stehe erst mal rum und, äh, guckt sich die Weltgeschichte an, die Frau. So. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich müsste erst mal irgendwie den Blitz in die andere Ecke einschlagen lassen. Also irgendwie so nach dem Motto, dass es vielleicht die Kiste zerstört oder es geht, glaube ich. Ah, nice. Das geht doch. Haha. Das geht doch. Haha. Good job. Ich habe das. Vielleicht gibt es etwas, dass nur durch diesen Strom zerstört werden kann. Blaue Kisten demnach. Das hilft mir aber schon enorm weiter. So, wir hatten hier gelbe Kisten. Aber das ist nicht der Grund, warum ich hier hin will. Das ist der Grund, warum ich hier hin will. Und wir speichern natürlich direkt und doppelt. So. Le Vögel. Danke schön. Wunderbar. Das klappt ja wie am Schluss. Ich bitte lasse es keine gefräßige Kiste sein. Silberharnisch gefunden. Was ist denn das? Ihr wisst, ich muss immer alles direkt gucken. Silberharnisch. Was könnte denn das drin sein? Was ist denn das überhaupt? Silberharnisch mit 10 Gramm oder Silberharnisch. Achso, ist das ein Hürtel oder sowas, ne? Ah, eine Rüstung. Bringt aber nur Preserver, so bekommt die Kleine auch die Preserver. So, weieieieiei. Okay, wir haben jetzt blauen Strom, das heißt... Okay, gut, 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 gut. Das heißt, wir können da jetzt das Ding wegmachen. Zack. Oh, warte mal. Achso, ich dachte gerade, das ist so eine Kiste gewesen. War aber nicht. Okay. Okay, was haben wir hier? Wow. Wasser sich aufzuhalten ist, glaube ich, nicht so gesund. Ups. Ach nein, ich schaue wieder sowas. Okay, 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 vergiss das. Ja, 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 ja. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Ich weiß nicht, daran zu hindern, Dengi. Keine Sorge. Die Attacken von der ist nicht riesig. Ah, scheiße. Die Sterben, ey, die Sterben. Die Sterben. Die Scheiße Steinen, diese scheiße Stangenfrau ist echt biestig. So. Ich hab mir das Problem gelöst. Bleiben nur noch ein paar andere. Ich glaub, ich war ansatzweise am Tempel und hab schon wahrscheinlich alles verbraucht, bis ich da bin. So. Meine Güte. Scheiße. Ja, Minusrag. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay. Ähm. Eine Runde Items für alle. Äh. Zack, zack. Gerade bei ihr ist das wichtig. So. Ach so, ich kann da gar nicht rein. Da kam halt einfach nur ein Scheiß-Virus. Oh, okay, hier ist ein Schloss. Speicherkristall. Das ist jetzt irgendwo. Ist auf jeden Fall noch ein Speicherkristall für uns. Okay, das Schwert für mich auf jeden Fall angreifen. So. Das bringt doch nix, die nächste Besondenspruch. auch los. Okay, kein Damage. Jedenfalls nicht in der Luft entscheidend. Oh, okay. Ja, Mann. Mach's ihn wieder. Weiter. Was liegt die? So. Irgendwie hab ich das Gefühl, du kannst dir nur was anhaben, wenn die unter Magieattacken im Beschuss stehen oder so. Ich bin das Gefühl, du kannst dir nur was anhaben, wenn die unter Magieattacken in Beschuss stehen Keine Ahnung. Scheint ja eine Art Maschine zu sein. Okay, wir sind jetzt unten. In dem Eck. Okay, ähm. Es sind zwei Dinge, um den Mardering zu ändern. Das ist sehr interessant. Ah, dieselbe Idee schon wieder. Sie absolut nischt. So. Irgendwie... Ich hasse es. Ich weiß jetzt schon, dass es jemanden geben wird, der sich da stark ins Päustchen beilachen wird. Oh Gott, stell dich mal vor, ihr seid in so einem Ding gefangen und müsst da irgendwie durchlaufen. Irgendwie durchkommen. So like a Saw-Spiel. Vor allem dürft ihr euch davon nicht irritieren, also von der Savanta nicht täuschen lassen und denken, ihr seid safe. Das hat ja nämlich alles andere als... Oh, ich bin daneben gelaufen. Oh mein Gott, ich dachte gerade schon... Oh mein Herz. Oh mein Herz. Alter, dieses Spiel. Das macht mich fertig. Jetzt schon. Ja, pack du dich da fest. Gut für mich. Okay, hier ist nischt. Ich besiege ich dann gleich. Das ist auch noch mal so eine Apparatur. Das ist eine riesige Maschine. Welchen Zweck dient sie? Ich glaube nicht, dass sie ein Betrieb ist. Ja, die Steuerung befindet sich wahrscheinlich an einem anderen Ort. Toll. Das ist ja auch nischt. Das ist ja auch nischt. Das ist ja nischt. Das ist ja nischt. So, der kann jetzt mal rausgehen. Ich gehe dann mal hier hoch. There is Yellowstone. 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 Okay, komm, ich sag mal, dass sie sich da fest packt. So, ich kann hier hoch. Zack. 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 Ich muss die alle kaputt machen. Aber dafür brauche ich erst einmal die Eigenschaft, dass man Vardering gelb kacken kann. So. Ähm. Schauen wir mal. Ach, die ist schon wieder so. Ah! Komm schon, komm schon. Komm schon, Leute, 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 Leute. Eieiei, ich hasse es. Mann. Mach sowas nicht mit mir. Das ist seelische Vergewaltigung. Meine Nerven. Ich brauche die noch. Eigentlich. Ja, wir scheißen auf Nerven. So, wo geht es jetzt lang? Oh, oder? Ich glaube, oben muss ich lang. Wenn ich es richtig deute. Oh, mein Gott. Das sind drei Sekunden. Das ist eine Kiste. Wahaha. Licht. Kamera. Da, da. Geschenk der Geister gefunden. Stattdressen. Aber das gesamte Teams. Oh, das ist gut. Das gesamte Teams. Nehme ich. Wow, 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 wow. Ich hätte gerade ein kleines Dürstchen. quitt das ist noch doch war das ist der schlimme einzelakt im tyrannosaurus davon zu laufen ich bin da runtergefallen ich meine ich könnte mir das jetzt mit der zeit wahrscheinlich einprägen wenn man sieht die umrisse das ist nicht das problem ich habe jetzt so lange was ich habe es wird jetzt wieder zu schwarzen ich weiß dass diese stadt sich um die strafung zu verkommen ich weiß nicht, dass ich uns an die strafung aufgenommen habe aber ich habe noch nicht getroffen und ich habe noch eine gute Zeit ich kann es nicht sofort treffen, dass ich das vorbeigehen habe Oh, Haus hier. So, jetzt müssen wir uns gerade mit dem Ding prügeln. Oh, nicht schon wieder so eine Lady. Alter. Ich muss sich davon abhalten, ganz ehrlich. So gut es geht, davon abhalten, diese Scheiß-Attacke loszulassen. So. Was ist das für eine Umisodo-Attacke? Super. Alright, die beiden sind auch weg. Jetzt kommen nur noch diese komischen Vögel. Okay, ich habe keine Ahnung, ich treffe die nicht mal oder so. Also den Träck mit den Vögeln muss ich irgendwie noch verstehen, der ist. Okay, einer ist tot. Also die Frassel anscheinend würde ich nochmal hier attacken. Aber ich habe keine Ahnung. Wir haben es geschafft. So. Okay. So, jetzt schlägt der Blitz hier ein, das heißt, wir können da ums Wasser... Boah. Jetzt wird sie ganz ruhig zurücklaufen. Scheiße. Warum tut ihr mir das an? Das ist so unfair. Ich wollte doch den nächsten Geburtstag wieder leben. Ah, da war ich ein Stück zu... Was ist das jetzt? Ups. Ups. Ja, ja, gut. Das ist okay. Großverletzt bin ich jetzt auch nicht. So, hier wollte ich eh hin. Passt doch. Perfekt. Zu kämpft man gegen den, vielleicht hat der den Speicherkristall. Oh nein, nicht wieder so eine Lady. Nein, 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 nein. Scheiße. Scheiße. Ich hasse das, wenn er manchmal seine Attacke einfach nicht loslässt. So. So, das sollte ich mich eigentlich gemacht haben. Aber das ist... Ist wieder so typisch Moiz. Zurückziehen. So, wunderbar. Zack, eine Tod. Oh, man, 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 älter.